heute wird es fünster was macht ihr hier es ist mal wieder bling bling time ähnlicher sackratte spoiler alarm ich habe es wieder getan husch husch mit euch dadi dadi who likes the party und hier sind ihre news mit mr maroon ich hatte heute streit mit einem youtube-kollegen lass uns direkt reingehen und uns runde für runde mit den ganzen spielern prügeln dennis du sack alter warte in anderen worten und auch du kannst sexy werden genauso wie julian ich bin extrem gehypt ja es funktioniert so leider nicht das ist eine reine spekulation das gefällt den meisten spieler natürlich gar nicht die menge kann nie falsch liegen wer zum teufel hatten toaster in euren kopf gebaut und dann angemacht ihr müsst auch euren horizont erweitern okay manchmal manchmal wird man einfach mensch sein und dann kommt aber ein profi und sagte was laberst du dann sind wir alle menschen was bruder ich will jetzt nicht zu hoch hier einsteigen aber meinst du dass sie die gedanken genommen haben die wir gedacht haben und wollen dass wir denken dass unsere gedanken die wir gedacht haben die gedanken sind die wir jetzt denken denkst du das so meine güte reden wir erklären heute eine frage die ich jetzt schon mehrfach irgendwie mitbekommen habe drei worte market wort market watch market watch market watch market watch market watch wild market watch market watch market watch ich liebe es gibt es nichts zu sehen market what market watch market watch mathematisch gesehen was den scheiß leute es ist 23 uhr 24 wie ihr unschwer am hintergrund erkennen könnt bin ich mal wieder unterwegs fast zwei stunden oder so ich bin zwei stunden nach reutlingen gefahren die antwort lautet dort im süden von berlin in lichtenrade gewöhnt euch an ständig wechselnde hintergründe was mache ich jetzt aber gerne noch ein daumen nach oben lassen natürlich gerne auch noch ein abo ich will nicht mehr wir haben uns verfahren junge dein ernst leute da manchmal bist du nicht der stärkste wenn du einsteigen kannst du steckst wenn du aus weil sie unfassbar schlecht sind ich weiß nicht ob es euch genauso geht jugend ist ein tolles spiel kann natürlich auch pech oder glück haben das auch so ein ding auch gut oder aber in kurzer form liegt an euch das zu entscheiden beides hat vor und nachteile könnt ihr auf jeden fall gespannt sein nicht gut es ist tatsächlich ein fantastischer sonntag das wetter ist hier in berlin jedenfalls bombastisch lasst es krachen ich wünsche euch eine spitzenmäßige zeit ich hoffe auch bei euch ist so schönes wetter nachher richtig ehrenlos getestet das war's abonnieren bei nächstes wochenende und und Vielen Dank.